Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Heute Morgen bin ich tatsächlich aufgewacht, hatte ein leichtes Kratzen im Hals. Mein erster Gedanke ist gewesen, hoffentlich nur Corona und keine echte Grippe. Denn wir wissen, Corona verläuft oft sehr erleicht. Einige wissen überhaupt nicht, dass sie krank gewesen sind. Während so eine Grippe, das kann schon was Ernstes sein. Im Jahr 2017 sind in Deutschland allein über 25.000 Leute an der Grippe gestorben. Das war ein schlimmes Jahr und bei Corona, ja, da ist eigentlich das Schlimmste. Deshalb habe ich das Gefühl, was die Gesellschaft, also was wir draus machen. Hamsterkäufe oder mir ist jetzt der Kapitalgipfel abgesagt worden. Der hätte am Freitag, an diesem Freitag stattfinden sollen in München. Mal gucken, ob die Invest in Stuttgart stattfindet, nächsten Monat. Und ja, die Börsenkurse, die brechen ja auch immer mal wieder ein und erholen sich wieder sehr schnell. Als ob die tatsächlich krank gewesen wären, kurzzeitig von Corona. Auch das Standarddepot wurde etwas von Corona infiziert. Das sehen wir dann gleich noch. Ich möchte das Ganze jetzt nicht komplett ins Lächerliche ziehen. Also ich nehme das schon ernst, das was wir draus machen, nehme ich sehr ernst. Ich nehme durchaus auch ernst das Virus an sich, aber ich denke, man muss es irgendwo in die rechte Perspektive rücken. Und wie so oft, wenn hier eine Sau durchs mediale Dorf getrieben wird, da kommen dann die Verhältnisse geraten da so ein bisschen durcheinander. Ich habe schon was zu Corona mal geschrieben, beziehungsweise zu den Kreuzfahrt Aktiengesellschaften, die es ja erst auch voll erwischt hat durch das Coronavirus. Und habe da auch geschrieben, wie ich glaube, dass es weitergehen könnte. Also mein Szenario, was ich für wahrscheinlich halte, bezüglich dem Corona-Ausbruch und der Reaktion an den Aktienmärkten. Das kannst du in dem Artikel ja nachlesen. Ich glaube übrigens, dass wir das Schlimmste noch nicht überstanden haben, weil die Anzahl der Infektionen ja noch weiterhin steigt. Und der Krankheitsverlauf, der ist oft so milde, dass Leute gar nicht merken, dass sie krank sind. Und das Virus ist zwar prinzipiell meiner Meinung nach, nach allem was ich weiß, harmloser im Krankheitsverlauf als eine saisonübliche Grippe auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite trotzdem sehr ansteckend und ein paar unglückliche Erwichter dann doch schwer. Nun ja, aber die Welt wird sich weiter drehen, mit oder ohne Corona, wie Coronavirus. Und wir werden auch weiterhin langfristig investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. So wie wir es eben schon mit dem Stadardepot machen. Bevor wir aber zum Stadardepot kommen, gibt es noch was anderes, nämlich die Consource Bank, über die wir das Stadardepot im Rahmen von Aktiensparplänen besparen, hat jetzt das Routing geändert. Nach Jahren haben sie es geschafft, das Routing zu ändern. Und leider ist dabei auch was schief gelaufen. Das kenne ich auch vom Aktienfinder, wenn ich ein neues Feature implementiere. Und ich habe es doch getestet, aber ab und zu läuft dann doch erstmal was schief und dann muss man es korrigieren. Ich sage nur dazu, Shit happens. Es ist nicht schlimm, meiner Meinung nach. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht und dass es dann langfristig gesehen stimmt und besser ist. Und genau damit beschäftigen wir uns jetzt zuerst. Also was passiert ist, ist, einige Sparpläne sind doppelt ausgeführt worden. Ob die jetzt in echt doppelt ausgeführt worden sind oder ob das jetzt nur falsch angezeigt wird, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sieht es für den normalen Kunden so aus, als ob viele Sparpläne doppelt ausgeführt worden sind. Und die ganz hartgesottenen haben sich darüber gefreut, weil das zu Tiefskursen ausgeführt wurde. Also die Börse hatte gerade wieder so einen Corona-Nieser gehabt. Und die Ängstlichen, die haben so noch, Hilfe, doppelt ausgeführt, was soll ich tun? Naja, dazwischen gab es natürlich auch was. Und ich habe das Ganze jetzt mal hier, also momentan haben wir noch doppelt Buchungen drin. Ich habe aber einfach mal hier für dieses Video und für die Auswertung das Ganze so verbucht bei mir intern im System, als wenn es die Konsorsbank von Anfang an richtig gemacht hätte. Das heißt, alle Sparpläne hier nur einmal ausgeführt. Das ist das Standarddepot bei mir intern. Und das heißt, wir können uns das jetzt schon mal angucken. Und wenn es die Konsorsbank geschafft hat, dann wird es bei denen genauso aussehen wie bei mir in diesem Fall. Also dann sind alle Sparpläne nur noch einmal ausgeführt worden. Also es entstehen hier für niemanden irgendwelche Kosten oder irgendwas Nachteiliges. Und wie gesagt, Shit happens, es ist nicht schlimm, wenn da während einer Umstellung ein Fehler passiert. Meiner Meinung nach, ich kenne das jetzt vom Aktienfinder, wichtig ist, dass es später besser ist, als es vorher war. Und das gucken wir uns jetzt zuerst mal an. Da habe ich mal hier, obwohl ich Excel eigentlich hasse, wieder so eine kleine Excel-Tapete gemacht. Und ich habe einfach die Ausführungskurse und die Aufschläge auf die Ausführungskurse verglichen, so wie es im Februar war, also noch im alten Routing, das über München lief, die Börse. Und dem neuen Routing, das jetzt über Xetra, nicht über Xetra, aber über Tradegate läuft, um 9.30 Uhr wird es ausgeführt. Als Referenzkurse habe ich dann für neu, also für die Ausführung im Februar, Xetra genommen, die ja auch schon aufhaben, um 9.30 Uhr. Und als Referenzkurse hier für den Februar, als es noch über München geroutet wurde, die Sparplanweitergabe, habe ich die Schlusskurse der Hauptbörsen jeweils genommen. Da war die Ausführungszeit, wenn ich mich richtig erinnere, 8.30 Uhr. Da hatten also sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Börsen noch geschlossen. Vielleicht hat da schon die eine oder andere europäische Börse auf in Osteuropa, aber das ist für unseren Fall irrelevant. Gut, und ich habe dann mir halt die Mühe entsprechend gemacht und die ganzen Referenzkurse rausgesucht und die Differenz dazu ausgerechnet. Ich mache das mal ein bisschen größer vielleicht. Falls du auf dem winzigen Handy das Ganze schauen solltest. Und hier siehst du die Aufschläge, die waren von teilweise recht niedrig, von 0,2% bis aber teilweise über 3%, so wie bei Adidas, Diageo zum Beispiel oder Tencent. Und das waren die alten Aufschläge. Und dann haben wir hier die neuen Aufschläge zum Referenzpreis, also hier Xetra. Und, ja gut, wir haben sogar einen bei Text des Instruments, der ist negativ. Ob das jetzt alles auf den Cent genau stimmt, teilweise habe ich es von Chartprogrammen abgelesen. Aber im Großen und Ganzen sollte es richtig sein und definitiv auch eine repräsentative Aussage rauskommen. Ich habe auch hier mit entsprechend die Wechselkurse mit berücksichtigt. Wenn ich nicht von Xetra die Preise abgelesen habe, ist natürlich alles in Euro, sondern von den Schlusskursen der jeweiligen Hauptbörsen. Das war ja für Tencent beispielsweise Hongkong. Und oft war es die USA, für Novo Nordisk war das dann zum Beispiel Kopenhagen. Das Wichtige ist jetzt aber hier der Vergleich der Aufschläge zu den Referenzpreisen, Referenzkursen. Einmal bei Tradegate, das ist die Neuwelt, und München, das ist die alte. Und hier ist dann die Firenze. Immer wenn wir hier was Grünes sehen, dann ist der Aufschlag zugegangen. Das ist gut, das ist in unserem Sinne. Wenn es rot ist, dann haben wir einen höheren Aufschlag gezahlt als vorher. Und du siehst, wir haben mehr Grün als Rot. Wir haben 20 Sparpläne, die wir besparen. Und 16 Mal hat sich der Aufschlag reduziert zum Referenzkurs. Viermal ist er höher geworden. Wobei 0,1 Prozent zweimal, einmal 0,4 Prozent, das ist nicht so viel. Und bei Fresenius 1,4 Prozent. Es geht insgesamt in die richtige Richtung, da bin ich auch sehr froh darüber. Und ich habe mir noch mal den Spaß erlaubt auszurechnen, wie viel Euro wir dann gespart haben bei unserer Investitionssumme von 500 Euro. Und das wären 3,72 Euro. Immerhin, da kann man sich ja schon mal was Schönes von kaufen. Ja, also das Routing, die Verbesserung des Routings, die Umstellung des Routings, das geht in die richtige Richtung. Und an der Stelle danke an die Consorse Bank. Und ich bin ja recht optimistisch, dass ab der nächsten Sparplanausführung das Routing auch noch so weit läuft, dass es nur noch einmal ausgeführt wird, der Sparplan. Und dass die das hier auch auf die Reihe bekommen, dass wir dann auch hier dann die Korrektur haben, sodass wir auch noch zum ersten, dritten Sparpläne einfach ausgeführt haben im Nachhinein. So, mein Name ist übrigens Thorsten Thiet und ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigen Kursen und Dividenden zu profitieren. Und jetzt haben wir es ja schon fast geschafft, dass wir beim Stadterdepot angekommen sind, nachdem wir uns hier das Routing angeschaut haben. Du siehst hier, das Buzzword crasht, das darf nie fehlen. Und Corona ist auch nicht schlecht, wenn man gefunden oder gelesen werden will. Und Stadterdepot hat sich auch schon auf Google mittlerweile den einen oder anderen Rang erkämpft. Also das Stadterdepot im Corona-Crash, drei Buzzwords hier drinnen. Ja, wie ist es jetzt gelaufen im Februar? Am Anfang war das gar nicht schlecht, bis zum Mitte Februar noch ein bisschen weiter war es ganz gut. So lange wurde Corona quasi ignoriert von den Aktienmärkten und dann ist es aber voll durchgeschlagen. Ich habe mal hier geguckt, was wir die Indizes so draus gemacht haben. S&P 500, 9,5% verloren, immerhin. Nasdaq, 6,3%, der hat sich recht gut geschlagen. Da gab es Aktien, die haben so wie ein stabiler Anger gewerkt. Amazon, Microsoft beispielsweise. Dann haben wir den DAX, der hat 8,6% verloren. Und der MDAX, der ein bisschen dynamischer verläuft, sogar 9,7% verloren. Und das Stadterdepot, wie ging es da? Minus 8,4%. Also wir liegen schön im Trend sozusagen. Nicht deutlich drüber, nicht deutlich drunter. Wir schwimmen hier mit dem Strom. Es gab ein paar Dividendeneinnahmen, 7,40 Euro. Immerhin, wir haben ja erst angefangen, mit dem Stadterdepot das zu befüllen. Sehr langsam, sehr bedacht, muss man sagen. Im Sommer letzten Jahres. Und nichtsdestotrotz, obwohl wir jetzt im Prinzip gelitten haben, haben wir jetzt einen höheren Marktwert am Ende gehabt, als am Anfang. Dank des Investitionsvolumens von 500 Euro. Weil wir immer brav nachkaufen. Wir tappen ja nicht in diese Psychofallen, von wegen Hilfe rette, was zu retten ist. Und verkaufen wir jetzt mal schnell alles. Sondern wir investieren schön weiter. Und wir profitieren von den Kursen, wenn sie gefallen sind. Weil wir dann eben für die jeweils 25 Euro Sparplanausführung, also Ordervolumen, eben mehr Bruchstücke kaufen können. Dasselben Aktien, als es noch der Fall war, als die Aktie eben noch teurer gewesen ist. Ich habe das Ganze hier alles ja auch in dem Stadterdepot. Und gerade bei Aktien, die wir jetzt schon auch schon länger besparen, da sieht man das dann teilweise recht gut. Hier dieser Cost-Average-Effekt. Ich kann die Schrift hier leider nicht größer machen. Aber man sieht, wir haben hier angefangen im August zum Beispiel Union Pacific zu besparen. Da hat die Aktie 166 Euro uns gekostet ungefähr. Dann ist er mal richtig eingebrochen auf 150. Das heißt richtig, also es ist auf 150 zurückgegangen. Dann haben wir eine Weile für 150 weitergekauft. Dann ist er wieder gestiegen auf 160, sogar mehr, 165, 166. Dann mussten wir hier wieder etwas teurer nachkaufen. Und dank Corona sind wir jetzt wieder bei 150 Euro angelangt und haben jetzt wieder günstig gekauft. Langfristig sollten die Aktien natürlich steigen, das ist schon klar. Aber wir wissen ja immer, dass ich zwischendrunter mal ein bisschen so drunter und drüber gehen kann, vor allem drunter gehen kann und die Aktienkursen dann halt entsprechend fallen können. Und dann kriegen wir halt, tappen wir, wie gesagt, nicht in diese Psycho-Falle und vor allem da zittern, finden wir den Verkaufsbutton nicht mehr, sondern über die Sparpläne wird das Ganze automatisch ausgeführt. Gut, wir können uns jetzt immer noch, ich habe hier ein bisschen was geschrieben, auf dem Blog wachstumswerte.net, worum es eigentlich jetzt wirklich nochmal geht, dass wir in erfolgversprechende Qualitätsaktien investieren. Das machen wir definitiv. Ich zeige dir nochmal ganz kurz, wie es aussieht. Wir haben uns ja wirklich Zeit gelassen und Aktien analysiert, haben immer Alternativinvestments noch angeschaut und abgestimmt und am Ende haben wir uns für eine der Qualitätsaktien entschieden und entsprechend unserer Investmentstrategie. Da müssen wir diese Qualitätsaktien natürlich nicht heute kaufen von morgen wieder verkauft, sondern wir müssen die Dinge langfristig halten und da eben auch durch Krisen und echte Crash, das war ja noch kein echter Crash, auch mal hindurchkommen. Gut, ja, das hier ist im Prinzip schon das Fazit, Ruhe bewahren und weiter investieren und das fällt uns eben relativ leicht, weil wir es über Aktiensparpläne machen und weil wir hier nicht so ein Blackbox-Investing machen und weil wir nicht Aktien gekauft haben, weil es unser Nachbar empfohlen hat, sondern weil wir uns wirklich mit der Materie beschäftigt haben und wir haben uns mit der Materie beschäftigt, weil es uns halt auch Spaß macht, Aktien zu analysieren und weil Aktien, wir wissen, dass Aktien Anteil vom Unternehmen sind und dass Unternehmen echte Gebilde hier sind, Teile der Wirtschaft sind und weil es uns halt auch Spaß macht zu gucken, was in der Wirtschaft so geht, ist es eben ein Teil vom echten Leben. Und hier sehen wir nochmal, wie die einzelnen Positionen gelaufen sind. Tencent hat es doch tatsächlich gewagt zu steigen, die Aktien, alle anderen sind gefallen. Ja, Cisco am meisten, Adidas, Union Pacific, hier sind die Aktien, die sind eben am stärksten gefallen und dann haben wir hier Aktien, die sind relativ schwach, haben relativ schwach abgegeben, wie gesagt, Tencent ist sogar gestiegen. Und hier gab es ja auch schon Dividenden. Das siehst, waren relativ viele Dividenden angefallen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun sogar. Also neunmal nach dem Ex-Date hatten wir jetzt schon Dividende kassiert und auch hier werden wir von steigenden Dividenden langfristig profitieren können. Da bin ich mir, ja, also man sollte es nicht sagen, aber ich bin mir, ich bin nicht nur zuversichtlich, ich bin mir sicher, dass die Dividenden langfristig auch steigen werden in unserem Depot. Ja, und warum bin ich denn so zuversichtlich? Dann zeige ich euch das nochmal, wer es noch nie gesehen hat. So sieht das Stadter Depot aus. Und wir haben jetzt zwar, wenn du die Kennzahlen dir anguckst, jetzt sind wir gerade 0,6% in den Miesen. Da sind auch die Gebühren drin, 21 Euro in den Miesen, 21,60. Aber das ist nicht schlimm. Wir sind, wenn du die Dividenden dazu rechnest, sind wir sogar schon im Plus und ein bisschen was haben wir noch durch einen schwächeren Dollar fetern gelassen müssen, beziehungsweise es hat noch ein bisschen Performance gekostet, aber ich schweife ab. Hier siehst du das Stadter Depot hier nach den Branchen und dann hier außen siehst du dann die einzelnen Aktien. Das sind wirklich qualitativ hochwertige Aktien, die wir uns da angeschaut haben zusammen. Also ich bin da wirklich positiv gestimmt, dass das sich für uns langfristig auszahlen wird und ich investiere da gerne die 500 Euro im Monat. Gut, ich bin jetzt nicht so arg auf die einzelnen Aktien eingegangen. Es ist für mich also jetzt nichts wirklich weltbewegendes passiert auf Einzelunternehmensebene. Insofern keep calm. Wir machen weiter wie bisher. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bleibt gesund. Ciao.